So, ich könnte hier theoretisch nochmal eins freigeben. Für alle Fälle. Ich glaube nicht, dass ich es brauche. Wobei ein oder anderen... So, Büros. Da ist auch schon wieder alles. Das komplette Bürogebiet ist einfach schon wieder zugeklatscht. Das ist alles Büro hier oben. Das sind alles Bürogebiete. Wir müssen die Transportrouten nochmal alle überarbeiten müssen. Okay, da mache ich mal noch nichts. Das hier ist okay. Da den Fluss kann ich hier halt auch nicht schmäler machen. Eher breiter. Warte mal auf, das mache ich jetzt noch. Höhere Stärke. So, dann angleichen. Da machen wir jetzt ein bisschen größeres Ding. Ah, komm, wir machen doch mehr Stärke. Okay. Okay, der Basketballplatz hier, der muss auf die andere Seite. Und du musst auch ein Stück verschoben werden. So, ja, das sieht schon besser aus. Was ist das hier eigentlich? Ein Labor, okay. Warum haben wir hier so ein random Windrad stehen? Das keine Leistung hat. Wahrscheinlich wegen dem Strom, oder? Ja, wegen dem Strom. Wobei wir hier den Strom eigentlich schon verbunden haben. Deswegen macht das eigentlich gar keinen Sinn. Also, haben wir hier die Überflutung erst mal gestoppt. Äh, äh, ja, aber. Du musst eigentlich auf Höchstleistung laufen. Warum läufst du nicht? Warum läufst du nicht? Warum hast du 0 Megawatt? Es wird alles überfluten hier hinten. Ich verstehe die Staudämme nicht. Jetzt funktioniert er wieder. Okay, 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 okay. Vielleicht war, war eine Wartung. Ich, ich bin mir sicher, es war eine Wartung. Äh, wir haben genau ein einzigerartiges Gebäude gebaut. Das ist, äh, richtig toll. Das hat nicht genug, genug Öl. Warte mal, können wir hier nochmal, ich muss diese, die Folge einfach nur fixen. Was ist da los? Ja, aber so richtig viel Öl kann ich jetzt auch nicht, also hier, vielleicht eine Pumpe bauen und hier kann ich eine Pumpe bauen. Wobei hier, die mach ich eher so in dem Bereich. Da muss ich die Zwischenbereiche halt noch nutzen. Okay, der, der, der hier funktioniert mittlerweile ganz gut. Und, der hier wahrscheinlich eher weniger, weil. Ich mach jetzt da mal ein Wohngebäude hin tatsächlich, weil. Sonst kommt da ja gar nichts mehr zustande. So, was hab ich noch? Natürlich, das Brandenburger Tor. Das, äh. Ah, das kann ich hier nur nicht setzen, wegen den. Das ist so winzig im Vergleich. Das kann ich hier so neben den Bahnhof setzen. Näää. Das sollte halt schon irgendwo hier. Wo setzen wir das hin? Eigentlich würde ich das schon hier ganz gerne irgendwo hinsetzen. Aber ist halt so winzig. Daher würde es hier in der, in der Siedlung nachher nicht, nicht auffallen. Das überhaupt nicht. So, hab ich hier irgendwie, äh, kein Gebiet mehr markiert? Nö. Ups, hier. So, jetzt ist es da, gegenüber von, den Boutiquen. Ja, es klingt realistisch. Klingt realistisch. So, was haben wir noch? Nein, Mann, ich, ich geh immer auf Schule. Das macht, äh, ist ja schön und gut. Ich kann einen Campus bauen, aber... Bibliotheken, ja, die, wenn die irgendwann mal genutzt wird, da hinten hier, dann... Uni, hab ich viel zu viele Oberschulen. Bräuchte ich vielleicht noch welche in Grundschulen, aber... Das ist grad erst mal okay. So, ja, da bräuchte ich noch Parks. Vielleicht kann ich das mit einzigartigen Gebäuden lösen. Freiheitsstatue. Ja, dafür müssen wir eine Insel bauen, meine Freunde. Das hier ist unser Little Manhattan. Wir bauen hier einen Fluss durch. Da haben wir, da haben wir hier Manhattan, oder? Wie war das das hier? Na, die passt da nicht hin, leider. Also, die Freiheitssteilung muss eigentlich auf eine Insel. Und ist das unser Manhattan? Ah, ich weiß nicht. Ähm, ja, okay, dafür müssen wir noch weitergucken. Winter mal. Warte mal, können wir eigentlich unseren... Hab ich? Ich hab doch das Winter-DLC, wartet. Also, ich hab hier Musik. Oder hab ich das nicht? Ah, mhm. Okay, wir lassen das Original drin, weil Lizenz und so. Wo konnte ich denn das ändern? Warte, kann ich das in Optionen ändern? Äh. Achso, das sind die Mods, die ich, by the way, drin hab. Ähm. Tastenbelegung? Nee. Gameplay? Warte. Das ist Autosave. Oh, das hier können wir eigentlich... Aber das hat mich genervt, ne? Ich mach's mal an. Das wird mich wahrscheinlich nerven. Wetterdynamisch? Okay, das kann ich... Äh... Das hier kann ich eigentlich auch machen. Shooting-Jahre ausblenden. Ich glaube, ich kann's doch nicht ändern, oder? Ähm... Boah, nö. Boah, nö. Boah, nö. Irgendwo Chirper. Benachrichten automatisch öffnen. Ja, nee. Ich glaub, das ist... Also, theoretisch wird's jetzt Winter und Tag, Nacht und sowas. Aber... Ey, ich schau mal. Ich schau mal. Kriegen wir eigentlich unseren Stadtpark hier so hoch gelevelt? So was können wir halt nicht in den Stadtpark setzen. Das finde ich so unnötig. Naturschutzgebiet können wir auch noch machen. Kleiner Springbrunnen. Ja, ich glaub, das mit dem Stadtpark ist auch so ne Sache, ne? Wir müssen da jetzt halt einfach noch mehr Plätze oder sowas bauen. Okay, das... Äh, da lass ich die nicht. Oh Gott. Ja, das sieht halt schrecklich aus. So, wie sieht's da aus? Ja, okay, das sieht auch schrecklich aus, aber... Damit kann ich am meisten leben, glaub ich. Oder fahr ich den einfach neben den anderen Platz? Warte mal. Ich glaub, ich baue den Schachtplatz hier hin und baue... Mach das hier wieder weg. Warte mal, ich kann noch so ein... Vielleicht kann ich noch ein paar Toiletten bauen. Hier zum Beispiel, ja? Toiletten kann man nie genug haben. So, ein Infostand können wir vielleicht auch noch einbauen. Hier am Anfang vom Park macht der auch Sinn. Wobei, da haben wir schon einen. Warte mal, haben wir... Das ist Park-Infostand, ja. Park-Toiletten 1. Aber das war absolut dumm, wo ich die hingesetzt habe. Und da machen die mehr Sinn. Okay, Park-Toiletten, Park-Toiletten... Da sind zweimal Toiletten jetzt. Das ist, äh, auch semi. Ich mach die hier hin. Äh, da ist noch mal Toiletten. Und da sind Info. Dann mach ich den Infostand nämlich... Irgendwo hier so hin. Wenn ich ihn hinkriege. Ja, da kriegt man noch einen Infostand hin. Super. So, ähm... Ich glaub, die Folge werde ich auch wieder mal in zwei teilen. Äh, das ist... Manchmal vergesse ich irgendwie auf... Auf die Aufnahmezeit zu schauen. Aber dafür pein ich jetzt noch ein paar Minütchen drauf. So, ähm... Ich hätt eigentlich ganz, ganz schon noch so einen Platz hier, aber... Ich find's halt so merkwürdig, dass ich die hier so gegenüber hab. So richtig unnötig eigentlich. So, nochmal Glädergerüst. So, kriegen wir den Park auf maximale Stufe, dass ich... einen Trampolin-Park freischalten kann. Da wäre nämlich noch Platz für einen Trampolin-Park, meine Freunde. Aber dafür müsste ja Stufe 5 kommen, der Park. Naja. Ähm... Ich mach... Ich mach nochmal... Ich schau nochmal, was ich hier hab. Einen Wintermarkt. Wobei, der hier... Der wird sich hier ganz gut anbieten. Ich glaub, den mach ich hier einfach. Ah, Weihnachtsmarkt. Wobei, will ich den... Will ich den hier haben? Nö, ich will den eigentlich auch im Wohngebiet haben. Oder an so einer Location hier. Wo er komplett den Bereich einnimmt. Machen an die Location. Oh, es wird Nacht. Guck mal einer an. Ähm... Ob das gut ist, weiß ich nicht. Weil ich seh wahrscheinlich nix mehr bei Nacht. Aber hier, in der Ansicht, seh ich immer was. So, einzigartige Gebäude. Was ist das hier noch? Ah, ich weiß nicht, ob das Mountain so sinnvoll ist. Aber hier hinten könnte man das doch irgendwo... Ah, das hat auch einen Berg, ne? Vielleicht könnten wir das Gebiet hier hinten. Oder in den Forstgebieten. Ah, auch noch nicht so richtig. Ein spannender Schutzzentrum. Das ist... Äh, warte mal. Habe ich da keine Querstraßen? Ah doch, aber es passt nicht rein. Da wird's hinpassen. Ja, wir haben den... Ja, wir haben den Trampolin-Park freigeschaltet. Let's go. Ähm... Oh, wobei... Warte. Kann ich nicht weiter runter? Ich muss den Foto-Modus, ne? Dann kann ich nämlich nach oben und nach unten. Ja... Ja, aber... Boah, das ist... Ja, okay. Die Stadt bei Nacht... Ja, doch, macht was her. Muss ich sagen. Muss ich was sagen. Also... Ich hab gedacht, da... Also, dann... Ich lasse, glaube ich, meinen Nachtzyklus ein bisschen an. Das sieht aus wie ein Flughafen hier hinten. Warum sieht das Ölgebiet aus wie ein Flughafen? Ja, okay. Da kommt vielleicht irgendwann mal... Wobei, weiß ich nicht, ob ich da einen Flughafen hinmach. Oder ob der da hinten irgendwo dann zum Sherp-X-Gelände nebendran kommt. Der Flughafen muss nämlich auch riesig sein. Na, ich guck mal. Gut, dann würde ich sagen, äh... Hau da rein. Nächste Folge dann noch mehr einzigartige... Ich mach jetzt echt... Ich guck mal, dass ich die Stadt nebenher weiterbaue. Aber einzigartige Gebäude werde ich jetzt so nach und nach forcieren. Hier so diesen Panda-Park hinzubauen, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das feiere. Aber vielleicht... Wir haben ja irgendwo vielleicht auch mal Platz für einen Zoo. Hier so oder so. Oder vielleicht... Aber ich weiß nicht, ein Zoo braucht schon Platz, oder? Oder hier so den... Hier so auf der Ecke den Zoo mal. Ich werde nächstes Mal mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.